Hallo liebe Kinder und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe mir etwas überlegt und zwar habe ich ein paar Freundinnen und Freunde zusammen getrommelt und wir möchten euch gemeinsam etwas vorlesen und zwar Max und Moritz von Wilhelm Busch. Wilhelm Busch hat das in Reimform geschrieben, das heißt alles was wir euch gleich vorlesen wird sich reimen. Das fand ich als Kind immer total toll und ich gebe auch zu ich kann einige Stellen immer noch auswendig mitsprechen. Aber erst mal zeige ich euch wer denn alles mit dabei ist. Hallo ich bin Mona, ich bin Lehrerin, aber meiner Freizeit beschäftige ich mich auf meinem Instagram-Account und auf meinem YouTube-Kanal mit dem Thema Harry Potter und auch anderen Themen der Popkultur. Ich bin Anne Fantasy-Bücher oder auch Kinderbücher und heute freue ich mich, dass ich für euch eine Geschichte von Max und Moritz vorlesen darf. Ihr seht, ich bin gerade im Kinderzimmer meiner eigenen kleinen Kinder und Vorlesen ist das Größte überhaupt für mich. Hallo, ich bin Anja und ich bin Kinderbuchautorin. Hallo, mein Name ist Benni vom Kanal Benni Kallen. Ich bin 26 Jahre alt und Lehrer von Beruf, was später, wenn ich meinen Streich vorlese, noch eventuell wichtig werden könnte. Ich freue mich total auf die ganzen Lesungen und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Hi, ich bin Leonie. Ich mache vieles im Internet. Hauptsächlich mache ich im Moment einen Podcast mit einer guten Freundin von mir, Alicia Z. Außerdem bin ich auch auf YouTube zu finden. Da mache ich weniger als früher, aber immer noch was und da findet ihr auch zum Beispiel Podcasts und Videospiel-relatede Sachen und alles Mögliche. Und auf Instagram bin ich auch relativ aktiv und alles unter dem Alias Leplamboob und der Podcast heißt Alle Podcast. Also ja, wäre schön, wenn ihr da mal vorbeischaut. Hallo, ich bin Lea. Ich bin Journalistin und Buchbloggerin. Das heißt, ich lese Bücher und im Internet spreche ich darüber. Hallo, mein Name ist Lisa Krim. Ich bin Autorin von Die Götter von Asgard und Die Helden von Midgard. Im Oktober 2020 erscheint mein neuer Roman Talus und ich lese euch jetzt den letzten Streich von Max und Moritz vor. Ganz viel Spaß. Bevor wir anfangen, möchte ich euch noch eine Sache erklären. Wir haben eine Zeile in dem Gedicht umgedichtet. Wieso? Wilhelm Busch hat vor vielen, vielen Jahren gelebt. Da haben nicht mal eure Eltern gelebt. Da waren noch nicht mal eure Oma und euer Opa auf der Welt. Und er hat ein Wort benutzt, von dem wir heute wissen, dass es kein gutes Wort ist. Mit diesem Wort kann man Menschen verletzen. Und weil wir das nicht möchten, haben wir uns etwas anderes überlegt. Und zwar in dem Streich von Lera Lempel. Das ist die eine Zeile. Sie reimt sich immer noch. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und genau, das wollte ich euch nur sagen, dass wir diese eine Zeile geändert haben. Aber vielleicht fällt es euch nicht mal auf. So, dann fangen wir mal an mit Max und Moritz von Wilhelm Busch. Es ist eine Buchengeschichte in sieben Streichen. Das ist Max und das ist Moritz. Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen. Wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen. Die, anstatt durch Weise lehren, sich zum Guten zu bekehren, oftmals noch darüber lachten und sich heimlich lustig machten. Ja, zur Übeltätigkeit. Ja, dazu ist man bereit. Menschen necken, Tiere quälen, Äpfel, Birnen, Zwetschen stehlen. Das ist freilich angenehmer und dazu noch viel bequemer, als in Kirche oder Schule festzusitzen auf dem Stuhle. Aber wehe, 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 wenn ich auf das Ende sehe. Ach, das war ein schlimmes Ding, wie es Max und Moritz ging. Drum ist hier, was sie getrieben, abgemalt und aufgeschrieben. Erster Streich. Und ein stolzer Hahn dabei. Max und Moritz dachten nun, was ist hier jetzt wohl zu tun? Ganz geschwinde, eins, zwei, drei, schneiden sie sich Brot in zwei. In vier Teile jedes Stück, wie ein kleiner Fingerdick. Diese binden sie an Fäden übers Kreuz, ein Stück für jeden, und verlegen sie genau in den Hof der guten Frau. Kaum hat dies der Hahn gesehen, fängt ja auch schon an zu krähen. Kikeriki, Kikeriki, tak, 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 da kommen sie. Hahn und Hühner schlucken munter, jedes ein Stück Brot hinunter. Aber als sie sich besinnen, konnte keines Recht von hinnen. Flattern auf und in die Höhe, ach herrje, herrje, minä. Ach, sie bleiben an dem langen, dürren Ast des Baumes hangen. Und ihr Hals wird lang und länger, ihr Gesang wird bang und bänger. Jedes nickt noch schnell ein Ei, und dann kommt der Tod herbei. Witwebeute in der Kammer, hört im Wette diesen Jammer. Ahnungsvoll tritt sie hinaus, ach, was war das für ein Graus. Fließtet aus dem Auge ihr Tränen, all mein Hoffen, all mein Sehnen. Meines Lebens schönster Traum hängt an diesem Apfelbaum. Tief betrübt und sorgenschwer, kriegt sie jetzt das Messer her, nimmt die Toten von den Strängen, dass sie so nicht länger hängen. Und mit stummen Trauerblick kehrt sie in ihr Haus zurück. Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich. Als die gute Witwebeute sich von ihrem Schmerz erholte, dachte sie so hin und her, dass es wohl das Beste wär, die Verstorbenen, die hinieden, schon so früher abgeschieden, ganz im Stillen und in Ehren gut gebraten zu verzehren. Freilich war die Trauer groß, als sie nun so nackt und bloß, abgeruppt am Herde lagen, sie, die einst in schönen Tagen, bald im Hofe, bald im Garten, lebensfroh im Sandeschatten. Ach, Frau Bolte, weint aufs Neu, und der Spitz steht auch dabei. Max und Moritz rochen dies, schnell aufs Dach gekrochen, hieß es. Durch den Schornstein mit Vergnügen sehen sie die Hühner liegen, die schon ohne Kopf und Gurgeln lieblich in der Pfanne schmurgeln. Eben geht mit einem Teller, wird Bebolte in den Keller, dass sie von dem Sauerkohle eine Portion sich hole, wofür sie besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt. Unterdessen auf dem Dache ist man tätig bei der Sache, Max hat schon mit Vorbedacht eine Angel mitgebracht. Schwuppdiwupp, da wird nach oben schon ein Huhn heraufgehoben. Schwuppdiwupp, jetzt Nummer zwei, Schwuppdiwupp, jetzt Nummer drei, und jetzt kommt noch Nummer vier, Schwuppdiwupp, dich haben wir. Zwar der Spitz sah es genau, und er bellt, Ravau, Ravau, aber schon sind sie ganz munter, fort und von dem Dach herunter. Na, das wird Spektakel geben, denn Frau Bolte kommt soeben. Angewurzelt steht sie da, als sie nach der Pfanne sah. Alle Hühner waren fort, Spitz, das war ihr erstes Wort. Oh, du Spitz, du Ungetüm, aber wart, ich komme ihm. Mit dem Löffel groß und schwer geht es über Spitzen her, laut ertönt sein Wegeschrei, denn er fühlt sich schuldenfrei. Max und Moritz im Verstecke schnarchen aber an der Hecke, und vom ganzen Hühnerschmaus guckt nur noch ein Bein heraus. Dieses war der zweite Streich, doch der dritte folgt so gleich. Dritter Streich Jeder Mann im Dorfe kannte einen, der sich Böck benannte. Alltagsröcke, Sonntagsröcke, lange Hosen, spitze Frecke, Westen mit bequemen Taschen, warme Mäntel und Gamaschen, alle diese Kleidungssachen wusste Schneider Böck zu machen. Oder wäre was zu flicken, abzuschneiden, anzustücken, oder gar ein Knopf der Hose, abgerissen oder lose, wie und wo und was es sei, hinten vorne, einerlei. Alles macht der Meister Böck, denn das ist sein Lebenszweck. Drum so hat in der Gemeinde jeder Mann ihn gern zum Freunde. Aber Max und Moritz dachten, wie sie ihn verdrießlich machten. Nämlich, vor des Meisters Hause floss ein Wasser mit Gebrause. Übers Wasser führt ein Steg und darüber geht der Weg. Max und Moritz, gar nicht träge, sägen heimlich mit der Säge Ritze, Ratze, voller Tücke, in die Brücke eine Lücke. Als nun diese Tat vorbei, hört man plötzlich ein Geschrei. He, heraus, du Ziegenböck! Schneider, Schneider, meck, meck, meck! Alles konnte Böck ertragen, ohne nur ein Wort zu sagen. Aber wenn er dies erfuhr, ging's ihm wieder die Natur. Schnelle springt er mit der Elle über seines Hauses Schwelle. Denn schon wieder ihm zum Schreck tönt ein lautes Meck, meck, meck. Und schon ist er auf der Brücke. Kracks! Die Brücke bricht in Stücke. Wieder tönt es, meck, meck, meck! Plups! Da ist der Schneider weg. Gerade als dieses vorgekommen, kommt ein Gänsepaar geschwommen. Welches Böck in Todeshast, krampfhaft bei den Beinen fasst. Beide Gänse in der Hand flattert er auf trockenes Land. Übrigens, bei alledem ist so etwas nicht bequem. Wie denn Böck von der Geschichte auch das Magendrücken kriegte. Hoch ist hier Frau Böck zu preisen. Denn ein heißes Bügeleisen Auf den kalten Leib gebracht Nicht nachmachen Hat es wieder gut gemacht. Bald im Dorf hinauf, hinunter, hieß es Back ist wieder munter. Dieses war der dritte Streich. Doch der vierte folgt sogleich. So, herzlich willkommen zum vierten Streich. Lasst uns gleich loslegen. Also lautet ein Beschluss Dass der Mensch was lernen muss Nicht allein das ABC bringt den Menschen in die Höhe Nicht allein im Schreiben, Lesen Übt sich ein vernünftig Wesen Nicht allein in Rechnungssachen Soll der Mensch sich Mühe machen Sondern auch der Weisheit lehren Muss man mit Vergnügen hören Dass dies mit Verstand geschah War Herr Lehrer Lempel da Max und Moritz, diese beiden Mochten ihn darum nicht leiden Denn wer böse Streiche macht Gibt nicht auf den Lehrer acht Nun war dieser brave Lehrer Von dem Tobak ein Verehrer Was man ohne alle Frage Nach des Tages Mühe und Plage Einem guten alten Mann Auch von Herzen gönnen kann Max und Moritz Unverdrossen Sinnen aber schon auf Possen Ob vermittelt seiner Pfeifen Dieser Mann nicht anzugreifen Einstens, als es Sonntag wieder Und Herr Lempel brav und bieder In der Kirche mit Gefühle Saß vor seinem Orgelspiele Schlichen sich die bösen Buben In sein Haus und seine Stuben Wo die Meerschaumpfeife stand Max hält sie in seiner Hand Aber Moritz aus der Tasche Zieht die Flintenpulverflasche Und geschwinde Stopf, Stopf, Stopf Pulver in den Pfeifenkopf Jetzt nur still und schnell nach Haus Denn schon ist die Kirche aus Eben schließt in sanfter Ruhe Lempel seine Kirche zu Und mit Buch- und Notenheften Nach besorgten Amtsgeschäften Lenkt er freudig seine Schritte Zu der heimatlichen Hütte Und voll Dankbarkeit so dann Zündet er sein Pfeifchen an Ach, spricht er Die größte Freude Ist doch die Zufriedenheit Rums, da geht die Pfeife los Mit Getöse, schrecklich groß Kaffeetopf und Wasserglas Tobaksdose, Tintenfass Ofen, Tisch und Sorgensitz Alles fliegt im Pulverblitz Als der Dampf sich nun erhob Sieht man Lempel, der Gottlob Lebend auf dem Rücken liegt Doch er hat was abgekriegt Nase, Hand, Gesicht und Ohren Sind ganz schwarz Bis in die Poren Und des Haares letzter Schopf Ist verbrannt Bis auf den Kopf Wer soll nun die Kinder lehren Und die Wissenschaft vermehren Wer soll nun für Lempel leiten Seine Amtestätigkeiten Woraus soll der Lehrer rauchen Wenn die Pfeife nicht zu brauchen Mit der Zeit wird alles heil Nur die Pfeife hat ihr Teil Dieses war der vierte Streich Doch der fünfte folgt zugleich Der fünfte Streich Wer in Dorfe oder Stadt Einen Onkel wohnen hat Der sei höflich und bescheiden Denn das mag der Onkel leiden Morgens sagt man Guten Morgen Haben sie was zu besorgen Bringt ihm was er haben muss Zeitung, Pfeife, Fidibus Oder sollt es wo im Rücken Drücken, beißen oder zwicken Gleich ist man mit Freudigkeit Dienstbeflissen und bereit Oder sei es nach einer Prise Dass der Onkel heftig niese Ruft man Prosit also gleich Danke, wohl bekomme es euch Oder kommt er spät nach Haus Zieht man ihm die Stiefel aus Holt Pantoffel, Schlafrock und Mütze Dass er nicht im Kalten sitze Kurz, man ist darauf bedacht Was dem Onkel Freude macht Max und Moritz ihrerseits Fanden darin keinen Reiz Denkt euch nur, welch schlechten Witz Machten sie mit Onkel Fritz Jeder weiß, was so ein Mai Käfer für ein Vogel sei In den Bäumen hin und her Fliegt und kriecht und krabbelt er Max und Moritz immer munter Schütteln sie vom Baum herunter In die Tüte von Papiere Sperren sie die Krabbeltiere Fort damit und in die Ecke Unter Onkel Fritzens Decke Bald zu Bett geht Onkel Fritze In der spitzen Zipfelmütze Seine Augen macht er zu Hüllt sich ein und schläft in Ruhe Doch die Käferkritze-Kratze Kommen schnell aus der Matratze Schon fasst einer der voran Onkel Fritzens Nase an Bau! schreit er Was ist das hier? Und er fasst das Ungetier Und den Onkel voller Grausen Sieht man aus dem Bette sausen Autsch! Schon wieder hat er einen Im Genicke an den Beinen Hin und her und rundherum Kriecht es, fliegt es mit Gebrumm Onkel Fritz in dieser Not Haut und trampelt alles tot Guckst du wohl Jetzt ist's vorbei Mit der Käferkrabbelei Onkel Fritz hat wieder Ruhe Und macht seine Augen zu Dies war der fünfte Streich Doch der sechste folgt sogleich Sechster Streich In der schönen Osterzeit Wenn die frommen Bäckersleut Viele süße Zuckersachen backen Und zurechtemachen Wünschten Max und Moritz auch Sich so etwas zum Gebrauch Doch der Bäcker, mit Bedacht Hat das Backhaus zugemacht Also will hier einer stehlen Muss er durch den Schlot sich quälen Ratsch! Da kommen die zwei Knaben Durch den Schornstein schwarz wie Raben Puff! Sie fallen in die Kist Wo das Mehl darinnen ist Da! Nun sind sie alle beide Rundherum so weiß wie Kreide Aber schon mit viel Vergnügen Sehen sie die Brezeln liegen Knacks! Da bricht der Stuhl in zwei Schwupp! Da liegen sie im Brei Ganz von Kuchenteig umhüllt Stehen sie da Das Jammerbild Gleich erscheint der Meisterbäcker Und bemerkt die Zuckerlecker Eins, zwei, drei Ehemanns gedacht Sind zwei Brote draus gemacht In dem Ofen glüht es noch Ruff! Damit ins Ofenloch Ruff! Man zieht sie aus der Glut Denn nun sind sie braun und gut Jeder denkt sie sind perdu Aber nein Noch leben sie Knuspern Knaspern Wie zwei Mäuse Fressen sie durch das Gehäuse Und der Meisterbäcker schrie Ach ja, da laufen sie Dies war der sechste Streich Doch der letzte folgt zugleich Letzter Streich Max und Moritz Wehe euch Jetzt kommt euer letzter Streich Wozu müssen auch die beiden Löcher in die Säcke schneiden? Seht, da trägt der Bauer Mecke Einen seiner Malta-Säcke Aber kaum, dass er von hinnen Fängt das Korn schon an zu rinnen Und verwundert steht und spricht er Zappament Das Ding wird lichter Hey, da sieht er voller Freude Max und Moritz im Getreide Raps in seinen großen Sack Schaufelt er das Lumpenpack Max und Moritz würde schwüle Denn nun geht es nach der Mühle Meister Müller, hey heran Mal all das, so schnell er kann Her damit! Und in den Trichter Schüttet er die Bösewichter Rickerhacke, Rickerhacke Geht die Mühle mit Geknacke Hier kann man sie noch erblicken Fein geschroten und in Stücken Doch sogleich verzehret sie Meister Müllers Federvieh Als man dies im Dorf erfuhr War von Trauer keine Spur Witwe Bolte, mild und weich Sprach Sieht da, ich dachte es gleich Ja, ja, ja Rief Meister Böck Bosheit ist kein Lebenszweck Drauf, so sprach der Lehrer Lämpel Dies ist wieder ein Exempel Freilich, meint der Zuckerbäcker Warum ist der Mensch so lecker? Selbst der gute Onkel Fritze sprach Das kommt von dumme Witze Doch der brave Bauersmann dachte Wat geht Mekdat an? Kurz im ganzen Ort herum ging ein freudiges Gebrumm Gott sei Dank, nun ist's vorbei Mit der Übeltäterei Ich hoffe es hat euch gefallen Mir hat es sehr viel Spaß gemacht Mich mit Freundinnen und Freunden Kurz zu schließen Damit wir alle gemeinsam Euch diese Geschichte vorlesen Wenn euch dieses Video gefallen hat Wenn euch gefallen hat Dass wir euch gemeinsam vorgelesen haben Dann bittet doch die Großen bei euch zu Hause Mir einen Daumen nach oben zu geben Oder dass sie gerne was in die Kommentare schreiben Ob es euch gefallen hat Oder welcher Streich euch am besten gefallen hat Oder vielleicht mögt ihr eine von meinen Freundinnen Oder Freunden, die hier mitgeholfen haben, sehr Weil die das ganz toll gemacht haben Und das haben alle ganz toll gemacht Schreibt es mir gerne in die Kommentare Gerne mithilfe der Großen bei euch zu Hause Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag Spielt schön, macht eure Hausaufgaben Die sind sehr wichtig Für das spätere Leben auch Macht's gut ihr Lieben Bis dann Tschüss Gott sei Dank nun ist es vorbei Mit der Übeltäterei